Die Digitalisierung ist ja aktuell ein breit diskutiertes Thema, was ursprünglich oder zuerst eigentlich in den Unternehmen aufgekommen ist, was aber eigentlich ein Phänomen ist, was letzten Endes die ganze Gesellschaft umfasst oder betrifft und damit natürlich auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Und es ist jetzt schon aktuell in den letzten Jahren eine Diskussion auch entstanden, was Digitalisierung speziell für Hochschulen und Forschungseinrichtungen bedeutet oder eben für Aufgaben der Lehre und des Studiums und der Forschung. Im Mittelpunkt steht eigentlich die Frage, wie kann es gelingen, diese Potenziale, die die Technologie immer wieder bildet und bietet, so schnell auch in, sei es Wettbewerbsvorteile oder auch in einen sozialen Nutzen umzusetzen, dass ich mich entweder als Unternehmen sozusagen damit von Konkurrenten abheben kann oder im gesellschaftlichen Kontext einfach sozusagen einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft leisten kann. Also Campus Management ist sicherlich eine Facette, wenn man über Digitalisierung an Hochschulen spricht. Es ist nicht unbedingt die Facette, die momentan die Diskussion dominiert. Aber tatsächlich ist es so, dass aktuell immer noch sehr viele Hochschulen mit ihren Campus Management Systemen beschäftigt sind, diese ablösen, neue einführen. Campus Management Systeme versuchen den sogenannten studentischen Lebenszyklus oder Student Life Cycle durchgängig und möglichst medienbruchfrei abzubilden. Also stellen Sie sich vor, Sie beginnen an einer Hochschule das Studium, beziehungsweise in der Regel setzt die Betrachtung weiter vorne an, nämlich Sie bewerben sich an einer Hochschule und tun das eben heute üblicherweise schon online über ein entsprechendes Webinterface, müssen aber später dann für die Zulassung immer noch Dokumente im Original einreichen. Und hier ist natürlich eine Idealvorstellung, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man eigentlich auf Papierdokumente verzichten kann. Also dieser Gedanke spielt eine Rolle. Und dann eben auch im weiteren Verlauf des Studiums dem Studenten es zu ermöglichen, ja ich sag mal jegliche Interaktion mit der Hochschule online durchzuführen, auch mobil durchzuführen auf mobilen Endgeräten von zu Hause aus, im Endeffekt egal von wo auf der Welt er sich gerade aufhält. Das war's für heute.